Ey, oh mein Gott Lol Der ist einfach wieder mehr zusammen als vorher Hier war vorher so eine riesige Lücke, die ist wieder zusammen Das war gut Das war gut Wow, ist das so unglaublich Mann ey Das ist so nervig ey, ich schwöre euch, ich kann nicht mehr Das ist So ein Abfuck Es ist so ein Abfuck Wie kann man Wie kann man so Wie kann man Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine Ich kann es nicht ausdrücken Aber es ist Kann ich schnell machen Hä? Hä? Wie habe ich denn den Ball bekommen? Oh Was ein Ding alter, ich habe gar nicht hingeschaut, ich habe Musik geändert und dachte ich kriege den Ball eh nicht Oh mein Gott, was ein geiles Tor Oh mein Gott, schau mal bitte was passiert ist Oh mein Gott Jungs, Neymar ist echt wirklich, der ist einfach richtig krank ne Was ist denn los? Was machst du denn mit diesem armen Jungen? Oh mein Gott, schau mal bitte 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 Ja 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 Mann Da ist er doch Da ist er Jungs Einfach doof Ja, hab mich, der schließt der so nicht Oh mein Gott Oh mein Gott Okay Johnny Going to Nein Nein! Ey, Gläubon! Gelt es! Oh mein Gott! Jetzt kommt Satschiri, man. Er fickt dich jetzt, man. Ich schwöre, er fickt dich jetzt, man. Schau, er macht den Trick nicht, man. Oh mein Gott, ey. Unglaublich, man. Unglaublich, man. Komm. Van Dijk, man. Ja, man, genau. Ja, ey, ey. Lutsch jetzt, du meinen Schwanz hier, ey, man. Komm, lutsch meinen verfickten Schwanz hier, ey, man. Eh? Bis jetzt auf meiner Seite. Lutsch. Lutsch weiter, man. Schiefschad, nah und pille. Ja, das passt ja. Und noch irgendein Drache. Sie liegen vorne. Der Fus-Rumma-Abfahrt schwingt die Spieler-Spiele. Pssst. Pssst. Wer war das da? Uh. FIFA Deutschland. Ja. Das ist ein Durchgeher. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ein Tods. Let's go. Komm schon. Ich hasse die SBC. Ich hasse diese scheiße SBC, Digga. Holy shit, man. Ich hatte so Herzklopfen, Digga. Meine Fresse. Was ist denn das, Digga? Ey. Loll. Loll. Was? 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 Was, Clip? Was? 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 Schade. Kennst du das Wort Kringel? Kringel. Was? Kringel. Er sagt Kringel. Cringe, Digga. Cringe, achso. Jetzt Mitte. Scoop dann irgendwas. Irgendwas, jawohl. Was? Wie? Hilfe, Hilfe. Oh, ho, 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 ho. Und das war's. Workout. Ja, Mann. Eiken? Nein! Brasilianische Eiken! Ronaldinho! 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 Rivaldo! Rivaldo! Ich schwöre Rivaldo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, nein. Warum spielen wir jetzt Weiß gegen Weiß? Ich habe doch Schwarz eingestellt. Hä? Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Pogba mit dem super Zuspiel. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte Gelb geben. Es gibt nicht Roh. Das überrascht mich jetzt aber doch. Ja, nicht nur dich, Wolf, sondern auch den Spieler selbst. Der hat fest mit Rot gerechnet, ganz ehrlich. Und das wäre auch korrekt gewesen. Was war das für ein Tor? Da ist Platz auf dem Flügel. Niveau von T. Chance für Gran T. Das Ding mit der Parade immer noch gefährlich. Und er trifft! Ähähähähäh! Ahahaha! Oh ne... Alter Schwester! Walkout? Nein... Ist das denn? Corona, oder? Corona, Digga! Einfach Corona gezogen! Ja geil! Ja, ja mein! Nein, Latte, du, Forsten, Van Daza, ich bin voll drin, Alter, ich bin voll drin im Spiel. Ich bin so drin wie lange nicht mehr. Ey, wenn ich das Spiel verliere, ne, Wallah, FIFA Deutschland, FIFA Deutschland, ich schwöre, wenn ich das Spiel verliere. Wenn er jetzt Tau macht, FIFA Deutschland, Wallah. FIFA Deutschland, FIFA, oh mein Gott, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, oh mein Gott. Ja, und im Endeffekt geht es auch um den Spaß, oder? Bro. Oddo, Oddo, komm, auf Fernseher alles. Ja? Du hast die Farbe gesehen, oder? Ja, was sage ich denn gerade, was soll ich dann ernst spielen, für was? Oh mein Gott, FIFA Deutschland. Der Typ war so lust. Was ist das? Messi, der sich gewinnt. No way. No fucking way. No fucking way. Klitten. Keine Chance, keine Chance, das ist ja nicht mehr normal so etwas, das ist nicht mehr normal so etwas. Bis zum nächsten Mal.